Die Messe Automatica ist für uns eine der wichtigsten Messen in diesem Jahr. Zum einen ist die Automatica mittlerweile die Leitmesse im Bereich Robotik und Automation. Zum zweiten haben wir die Möglichkeit, hier unser komplettes Produktprogramm zu zeigen, insbesondere die Produkte im Bereich der Linearachsen, die wir durch den Zukauf im September 2011 von der Elmore Engineering integriert haben. Und zum dritten einfach die Lokation für unsere Kunden in Süddeutschland, Österreich und in der Schweiz. Viele Kunden haben mich heute gefragt, was ist denn so Besonderes hier auf der Messe, was sind unsere Innovationen? Da möchte ich an der Stelle nur kurz drei Punkte nennen. Zum ersten haben wir in unserem Kernprodukt, in unserer Teleskopführung, einige Produktergänzungen nach oben sowie nach unten realisieren können, speziell im Bereich der Belastungsdaten. Zum zweiten haben wir erstmals seit der Integration von Elmore eine Linearachse selbst neu entwickelt. Die TH-Achse, eine sehr hochpräzise Linearachse, die mit Pool-Gewinne angetrieben wird. Und zum dritten, unserer Philosophie getreu, stellen wir hier einige komplexe Linearsysteme aus, die Ihnen zeigen, dass wir jederzeit in der Lage sind, Sonderlösungen zu schaffen. Und hier sehen Sie ein typisches Beispiel für den Einsatz unserer TH-Achse in einer Laserschneidanlage. Hier haben wir zwei neue Produktlinien im Bereich Teleskopschienen, die sich durch die kompakte Bauform und die höhere Tragzeilen auszeichnen. Untertitelung des ZDF, 2020